das ding ist aus da kam ich her aber warte mal ich wollte da eben noch da oben hin ach ja au alter nein mann so leicht dann wird es leichter hey geil aber jeweils immer noch das haben immer nicht geholt dass die punkte da unten aber da geht es doch schon wieder raus man ist auch nur ein raum meint da oben ist noch ist ja nicht wie ich da hochkommen soll hat denn so eine kugel da hochwerfen nicht ganz so doll werfen dass ich ganz weit weg fliegt ja aber scheint nichts zu sein dann speichere ich mal gerade bevor ich jetzt das ding da unten hole und dabei verkacke so und jetzt kann ich wieder raus jetzt habe ich die beiden neuen fertigkeiten das heißt ich muss links runter und dann wieder rechts hoch da kann die kamera mal mitkommen danke dass die kamera ach du auch noch da ist auch noch was da sind fertigkeiten zählt aber rechts kann ich jetzt holen ich muss mich schon hochwerfen aber warum okay ich kann jetzt zwei punkte okay ich kann jetzt zwei punkte okay ich kann jetzt zwei punkte also ich hätte erst skill und dann speichern können ultra lichtstrahl lichtstrahl ist das was ich jetzt gerade mache das ist ja eigentlich kein strahl ich werfe immer nur einen ball sagst du nichts zu vitalität verdoppeln halbiert die kosten der seelenverbindung das ist für mich eigentlich ein muss ja was ist das nächste dreifach sprung noch sechs punkte dann habe ich das hier durchgeskillt so hier unten ach da geht es auch noch weiter guck mal ach stimmt ich kann jetzt zwei feine gleichzeitig angreifen weil ich so geil ja deswegen mache ich ja den hier und dann bin ich weg manchmal habe ich anfälle von klugheit wie auch diesen ich kann mich ja fester da kommt er denn her ach ja au fuck ach deshalb ist der hier weil der was guck mal verbirgt ja quasi könnte man so sehen manchmal sind tote auch etwas sehr schön oder so nutzt ihr den stoß an ach guck mal ach jetzt jetzt erklären die mir das ich habe schon längst benutzt weißt du ja ich habe direkt am anfang gefragt meinte dann kann ich mich abstoßen ein bisschen weiter werfen ein bisschen kann ich ja erstmal so springen das ist halt auch auf das stimmt okay Achso, das ist so ein Ding. Hey! Stimmt, ja, ich werde vergessen. Hä? Achso, an der andere kommt es von unten. Das soll ich jetzt nicht sagen. Ja, genau, da muss ich noch einen tiefer. Nee, nee, da kann ich doch durch. Da ist so ein Brett einfach nur. Kann ich einfach nach unten drüber. Also müsste, müsste gehen, ja. Oh, na, dich nehme ich. Ja, hallo. Oh Gott. Na, warte. Das ist das One-Hit? Krass. War es halt nur noch zwei Minuten? Achso. Stimmt natürlich auch. Entschuldigung, dass ich damals meinen Suizid abgetagt habe. Mann, der bleibt doch unterwand. Da bin ich von hier irgendwie... eine schweinerei hat die schon wieder da sind und ich hab mal sagen ja so ich bin kurz vorm level hier kann ich auch hier kann ich einfach runter durch ja das ist eine idee wahrscheinlich es war eine sehr gute idee diese türe ist zu ja oh ja ja warum hält er sich nicht fest ach so ich dachte der könnte sich ja festhalten ich treffe nicht ja was zur hölle es ist zu kurz doch hast du doch gerade gesehen habe ich doch hallo was macht er es ja hallo was macht er nein nein das muss der weg sein lachen wir nicht auf was denn das ging ganz nah bei dir und aber ich komme nicht rum doch irgendwie schon was was ich komme nicht rum na gut dann ist er doch irgendwie schon ja doch irgendwie muss ich ja rumkommen schmeiß doch mal ganz gerade nach oben zudem sie aus wie du tut es ja ich brauche drei jetzt geht das hier auf und noch einer jetzt kann ich skillen manchmal lohnt sich aufwand ja nach ich wollte erst dreifach sprung super verteidigung ja schon geil relativ wenig lebenszellen habe nämlich das vielleicht warum kann ich hin rechts geht es eher weiter links kann man einfach mal so rein ach so ja das habe ich eben auch schon gedacht aber irgendwie ich glaube fast nicht ich mein licht auf die werfen das sind zu viele da unten wie ging das so nicht stimmt muss erst lt drücken damit ich angreifen kann damit das ist eine energiezelle und eine lebenszelle da ist zu nein scheiß wollte ich machen naja einer liegt noch 2 ich bin auch nicht so viel schade das wäre jetzt mein neuer go to angriff quasi aber hoch das geht okay hm hm warum kann ich mich da hoch steuern ich komme auch so dran wo soll ich mich da hinschleudern ach ganz nach oben um wieder raus zu kommen aber wie schaffe ich das ach ne moment dann kriegt direkt wieder zu ich hätte gedacht ich muss die dinge erstmal kaputt machen damit ich etwas durch lobben kann hua Gott zum grüße ach so ach so ich weiß nicht ob ich das wir sind ja schon wieder sport ja eben ok dann gehe ich mal kurz ein bisschen weg ach du packig na genau die muss ich halt äh oder du musst einfach in den Boden schießen ja ja aber von hier unten ja dinge kann ich auch noch kaputt machen ja 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 jahr arsom ja 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 lightly ich alle töten ich weiß wie die da oben töten die bewegen die ich dachte da könnte ich mich vielleicht dran hängen oder ich werfe mich hoch das gefühl ich mache mehr schaden wenn ich da hochgehe und meinen geister links da machen ja sehr gut hatte ich brauche ja ja ich kann mich ja selber hochschießen ach so schon das gang zum einsammeln ja ich wollte es noch ein bisschen nutzen aber war hier nicht irgendwo direkt energie näher auf der anderen seite obwohl ich mir nach holen gehen ja sicher ja die da ja das war ja 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 looks gut hier warte eine Bulle Aua Aua Alter Bleib weg. Ich bin noch hier, hallo. Mann, hab doch Angst. Der hat keine Angst mehr. Ich Wasseratmung schon. Ich muss ja gar nicht weinen. Ja, ja, ich weiß das. Ja, gut. Weil du ich bist. Nein. Warte. Au. Okay, kann ich das oben hinwerfen? Oder kann ich das da raufwerfen und das Bounce dann da rüber? Was? Ich glaube fest daran. Was? Tada! Was zur Hölle? Aber ist doch nicht offen. Oh, wie? Jetzt ist offen. Okay, die sind echt witzig, die Zusatzlevels gedöhnt sind. Jibbi! Warte mal. Okay, da kann ich... Da oben ist noch was. Unten ist noch mal. Unten links, ja genau. Da gehe ich gleich erst hin. Ich sehe unten gleich. Ach da, tatsächlich. Hier ist kein Wasser. Komme ich denn da hin? Scheiße. Ich habe vergessen, dass ich dreifach Sprung habe. Hm, da komme ich jetzt eh vorbei quasi. Hier ist auch schon Bad. Ja. Das war das da, genau. Ich meine, wie ich das immer noch zu früh drücke quasi. Weil ich schon vorher nach unten drücke, bevor ich überhaupt hochspringe. Und dann der Stampfangriff nicht funktioniert. Aua. Ja, weil ich nicht von dem bespritzt werden möchte. Ja, aber ich meine, auf meinem Flur. Was geht hier auf und zu? Ach, das. Da oben ist ein Hebel. Alles klar. Der macht das auf. Alles klar. Aber hier kann ich jetzt nicht raus. Hm, speichern Energie holen. That worked!